Ich bin der Riege von Ludwigsburg. Als Untertan von Herzog Karl Eugeln nutzte ich neben Zwerge und Mohren seit 1765 in dieser Fürstenresidenz. Gut wie die dreifürste Schuhe, das ist stolze 2,34 Meter, zeigte ich zu den größten Menschen Europa. Herzlich Willkommen im glühenden Barock mit einem lehrtenhaften Gärten. Ich bin der Riege von Ludwigsburg.